ach man so jetzt vielleicht vielleicht hätte ich zwischendurch nicht schlafen sollen weißt du vielleicht einfach gleich knien beten okay pass auf also dreimal drehen nach rechts 1 2 3 so dann knien beten und drei seites in folge 1 oh shit 1 2 3 ok dass es überhaupt klappt oder vielleicht verbrauche ich damit mein glück braucht das genau so ich kann das alles nicht mehr